Früher hat mir jeder Kerl hinterher geschaut. Ich war in Topform. Immer. Ich war der Traum aller Männer. Mit meiner Oberweite habe ich alle Mannsbilder fasziniert und mit meinen Kurven habe ich alle Entschleidern gebraucht. Oma, du rissst so einen Scheiß daher. Ich hab so einen Scheiß. Du hast nicht, dass der früher so schlafen war. Wollen Sie es auch später einmal Ihren Enkeln beweisen? Machen Sie ein Fotoshooting, solange Sie noch knackig sind. Besuchen Sie meine Homepage unter www.gutenthaler.photography Buchen Sie Ihr Fotoshooting jetzt! Gutenthaler Photography. Wenn es professionell sein soll.